Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Offizie im Marsch. Ich ernte gerade Raps auf dem neu erworbenen Feld. Klang aber fein. Aber das ziehen wir jetzt durch, das machen wir jetzt fertig. Wir haben ja Licht, ja und dann schauen wir mal, aktuell wird Feld 13 gedüngt und später werden wir hier Feld Nr. 2 auch düngen, dann werden wir dann fertig sein. Dann wird bestimmt bald Unkraut kommen. Und hier werden wir entsprechend uns wahrscheinlich pflügen müssen und dann schauen wir mal. Ob wir hier einen Graf heimbringen oder irgendeine Frucht, sagen wir mal so. Mittlerweile schon fast Mitte Juni, naja wir haben Mitte Juni heute mehr oder weniger. Da werde ich paar Folgen mehr aufnehmen, weil ich mal eine Woche nicht da sein werde. Aber das noch eine Weile hin, da das noch, äh. Aber eine Woche werde ich nicht mehr wegfahren, das ist da schon mehr oder weniger amtlich. Aber bis dahin, das machen wir ganz so weiter hin, geht hier Licht aus. So Stückchen weißer, ne? Einer hier einen Schalter, der immer eine Lampe mehr ausmacht hier. Ja. Wie gesagt, mit Raps können wir später unseren Diesel einherstellen, ne? Ob es billiger wird, als ob wir kaufen würden, ich weiß auch nicht. Was wir brauchen, ja nicht. Ich denke mir ist noch frei. Und ganz ehrlich gesagt, heute weiß ich nicht mehr, welche Folge da ist. Mittag. Montag, dieser, Mittag, Donnerstag. Ich glaube Donnerstag. Aber ich kann doch noch nebenliegen. Sollte Freitag sein. Apropos Zeit, ne? Pirschen. Pirschen. Vom Hofe. Aus Spanien. Wurde, aus Spanien. Spirchen. so nochmal schauen helfer rein den brauchen wir mit lkw helfer schalte und fast vollen tank Das Ding ist auch leer, dürfte heute auch erledigt sein. Licht warm machen, dann düstscht er hier, wird dunkel hier. So, schön am Eis. 20 Uhr, da gehen wir auf Oktober 30 hoch. Die Nachtübstähle werden wir wieder unten kriegen. Dann können wir morgen früh, sonst hält es nachher, die Wiese mehr. Vorbeigefahren, also einen habe ich hier noch. Und dunkel ist nicht nur schlecht, ne. Schüte. So. Ich stelle nur einen links und einen rechts hin in Zukunft. Hier in der Mitte. Ja. So. Eigentlich ganz gut. Guter Platz dafür. Ist ja nur unseren. Mann, ist das hier dunkel. So. So. Wie gesagt, da müssen wir noch entsprechend einfallen lassen. Entweder machen wir das Feld hier breiter. Gleich von vornherein. Oder. Was auch möglich ist. Lassen wir es brach liegen. Das ist entscheidend, wenn man früher hell ist. Was würde Raps so einbringen zur Zeit? Äh. Zwei Wackenblutrinne. Na gut. Das ist ok. Das ist nicht anders. Was. Was würde Raps bringen. So haben wir eh nicht. Wir haben eh höchstens eine halbe Fuche. Ja. 1200. So ist unser Dünger fertig. Die zieht so aus. Der ist fertig. Dann wollen wir auf zwei gehen. Fleißig, fleißig. Der ist fertig. 68, 67. So. Haben wir es. Ich stelle mich frei. Und jetzt fahren wir mal zurück. Wieder voll machen. Hauen wir gleich auf. Den Korte haben wir löschen. Sonst. Kann es passieren, dass wir den morgen früh. Beim Aktivieren. Hier zurückfahren können. Meistens für deinen Graben. Wo wir ihn rauskriegen. So. Ah. Ist aufgewachsen. Aber heute Nachts arbeiten. Ist die Ausnahme. Normalerweise. Äh. Nachts geschlafen. Besser. Dunkel. Aber eigentlich nicht. Sieht was Licht. Die Halle auch. Aber mir ist sie aufgefallen. Wir müssen ein bisschen Licht umholen. hoch machen. Vor allen Dingen hier vorne. Hier vorne. So. Gleich auffällt. Zwei. Und die Reste. Aufschlach auf Schlag. Aber wenn er jetzt einer Stufe noch nicht gewachsen ist. Na dann schauen wir uns gleich mal an. Wir sind aus zwei Stufen gewachsen. Äh. Ja. Da fahren wir einfach mal rein. Gucken wir mal. Ob das alles gewachsen ist. Laut Karte ist ein Teil noch nicht gewachsen. Ja. Und das ist. Das ist. Naja. Nicht schön. Wie man so sieht. Ist hier ein Streifen wo was fehlt. Ja. Kurzplay. Ich hab' ich halt eingestellt. Mein Fehler. Aber wir werden hier die Position mal hier hinstellen. Und dann warten. 6 garantiert mal früh. So. Schau mal hier. Schade nicht hier. Gedüngt ist. Er wächst wieder in sieben Stunden. Das heißt in sieben Stunden. Jetzt haben wir 23 Uhr mehr oder weniger. Das heißt im Aufblick um 6. Dürfte auch Gras dran sein. Äh. Raps. Gerste. Appeln, Hafer. Umkraut. Und zweieinhalb Stunden. Heißt. Äh. Kann man auch in der bearbeiten. Mal 6,8. Ja. Gut ne. Hat sich die Zeit. Haben wir noch. So. Ist ja fertig. Gabs. 33%. Dann können wir mal hier gleich. Das ist glaube ich garantiert gepflückt werden muss. Kalk. Kalk. Natürlich Kalk. Das heißt. Einsteigen. Dann holen wir mal den Kalksteuer. Ne. Mal die Lichter machen. Wir gucken gerade mitten im Silo. Oh. So. Durch. Ja. Den Silo hätte ein bisschen anders. was nicht können sollen. Na gut. Fotokraft zurück. So. Jetzt habe ich jetzt. Steuerer. BGH. Äh. Naja. Viel Gewinn haben wir nicht gemacht. Ja. Wir haben nur einen da. Pflegebereifung. Da haben wir das. Der weiße ist das mit dem Dünger. Mit dem Kalk. So eine Schilder haben. Ne. Kalk. Kalk. So. Machen wir gleich voll. Kalk. Eh. Zu viel rein. Aber auch so viel. So. Auffallen. Dauert eine Weile. So. Dann ist er auch fertig. So. Einmal 100%. Einmal 50%. Ja. Gut. hat sich das. Das. Das Feldkauf. Etwas rentiert. Aber. Kleinigkeiten. Eingenommen. Keine. Keine riesen Menge. Besser. Besser wie ein Acker der Dach liegt. Aber war nicht gedüngt. Aber ich glaube nicht der Fall. Jetzt kalken wir den gleich mal. Dann werden wir zusammen mit der 33 rumflügen. Ich glaube da muss auch gut flügen werden. Wir werden mal die Kühe versorgen und später klingling. Klingling. Wenn wir dann. Noch entsprechend. Ja. Weiter den Stall kaufen. Wahrscheinlich würde ich extra voll machen müssen. Bis ich vorwärts komme. Weiß nicht. Sonntag zwei und Samstag zwei. Ich glaube das werde ich machen. Dann werde ich eine um 12 Uhr und eine um 13 Uhr. Veröffentlichen. Und bei der irgendwo in Thüringen. Machen wir es ähnlich. Da machen wir 14 Uhr und 15 Uhr. Da kommen wir ein bisschen weiter. Wobei Thüringen noch nicht ganz sicher bin. Weil. Wenn da mal die Karte kommt. Ist das nicht notwendig. So. Der ist fertig. Aber kaum Reparatur bedürftig. Der Tank ist auch noch voll. Dann stellen wir ihn gleich mal hier vorne rechts hin. so. 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 Amolig machen wir aus. So. Kalten. war angeblieben die haben es gut, die können schlafen aber ich muss mal schauen ich bin mir nicht ganz sicher ob die Wiese auch Kalk haben soll aber deswegen werden wir das nicht lange rumscheißen wir werden das einfach mal machen dann können wir mit umflügen so ist aber Gas geben, wir fangen gar nicht zu viel nehmen wir den Helfer nehmen wir den Helfer da sind ja zwei Felder da, mit denen nichts kommt der ja nicht mehr klar so meine Freunde, das könnte mal gewesen sein, heute jetzt haben wir 2.40 jetzt kommt gleich wieder eine nee, 2.40 nicht Unkraut, bis wir kommen Unkraut Kalken, Kalken Kalk ziehen wir jetzt durch später werden wir hier sowieso ein paar rein zaubern Kalken Kunkstall weiß noch nicht, ob ich einen Schweinestall machen werde weiß noch nicht genau bei beiden Hühnerstall auch nicht schlechtes mal, wenn wir den Rechtswirft fahren das schenken wir sowieso viel. So liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Das dauert auch nicht länger als ich dachte. Ich würde mich freuen über ein Like. Auch ganz gerne ein Abo. Ich sage erstmal Danke. Natürlich hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Dann sage ich Tschüss und Wicke Wicke. Bis Ende. Ciao, ciao.